Afrika Cup, ein wenig mit Verzögerung, Ghana gegen Benen in Gruppe F, das letzte Spiel von Spieltag 1, Ghana und Benen trennen sich 2 zu 2 unentschieden, Ghana klarer Favorit, schafft es nicht den Sieg zu sichern, zum Beispiel Verlauf, Benen 2. Minute, Pote 1 zu 0. 9. Minute, Ayew mit den Ausgleichstreffer, in der 42. anderer Ayew, einmal hatten wir André und jetzt haben wir Jordan, Ayew, in der 42. mit den 2 zu 1, und der 63. trifft Pote wieder mit den 2 zu 2, somit ist ausgeglichen, Ghana war aber das schlechtere Team, Denn, Ghana hat weniger Schüsse, nur 7, Benen hat 14, Ghana hat nur 3 Schüsse aufs Tor, Benen 4, Ghana hat weniger Ballbesitz, 49% gegen Benen 51, dafür hat Ghana ganze 3 Pässe mehr gespielt, hat die gleiche Passgenauigkeit, weniger Fouls, weniger gelbe Karten, dafür eine rote Karte, war öfters ein Abseits. Damit sieht es in der Tabelle so aus, Benen und Ghana sind punktgleich und sind damit eine 2 und Platz 3. Glückwunsch an Benen!